Heyo Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft FusionFall! Flo, bist du da? Ja, ich bin da. Flo, ich hab deinen Chor gar nicht gehört. Du musst doch immer sagen Minecraft FusionFall! 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 Ist meine Stimme nicht wunderhübsch, Flo? Ja, der Roman, du bist ein Chor-Kern. Ja, ich bin das Chor-Kern schlechthin, ja? Ich mach grad Deals mit Vlad. Echt jetzt, Alter? Ihr dealt vor meinen Augen mit Schneebällen? Und warte mal, warte mal, willst du mich grad veräppeln? Was ist das denn? Nein, 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 Flo, jetzt weiß ich, woher er die ganzen Schneebälle immer bekommt und die ganzen Matzfords. Es ergibt alles einen Sinn. Flo, das lasse ich nicht gelten. Geh weg! Weg von diesem Berg! Und Vlad, du hast mich auch enttäuscht. Was hast du mir denn gegeben? Und das Einzige, was du mir gibst, sind die ganze Zeit Mudballs, die mich die ganze Zeit im Gesicht treffen und die mich verlangsamen. Und das gefällt mir nicht. Außerdem, Flo, heute, ja, beziehungsweise in der letzten Folge, Heute, heute, heute! In der letzten Folge, muss ich noch kurz was erklären, haben wir eine spannende Folge gemacht, wo wir nämlich erklärt haben, Eine Folge war wirklich spannend. Ja, das war wirklich eine coole Folge, wo wir erklärt haben... Nee, also wirklich, 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 für die Leute, die sich aufregen, ja, 40 Minuten, da fuck, was machen die Typen da? Das war eine Kulturfolge und ich denke, das muss sein. Flo, bevor du dich überhaupt beschwerst, lass uns doch mal erst mal erklären, was es überhaupt war. Es war nämlich eine Folge, ja, wo wir erklärt haben, was die deutschen und die österreichischen Wörter so ausmachen. Ja, die sind so anders, verstehst du, Flo? So komplett anders. Und, äh... Komplett von anderer Welt! Ja, komplett von anderer Welt und da haben wir halt eben besprochen, wie die Wörter so aussehen, ja? Wir sehen die so, nein, wie die sich verschieden anhören. Zum Beispiel sagt man in Österreich, sagt man, äh, äh, schlapfen und bei uns sagt man Pantoffeln, ja, in Deutschland. Das sind halt eben diese, die, diese anderen Wörter, versteht ihr was, meine Freunde? Und das haben wir in der Folge von Flo beredet. Das heißt, falls euch das interessiert, dann schaut in der letzten Folge vorbei. Flo, ja, bevor wir jetzt wieder hier zu... Du musst schlapfen tragen, guck, ich hab schlapfen jetzt an. Ich hab drauf schlapfen an, schwarze, Alter! Das, das, das dreckige Winterspiegel. Okay, ich hab jetzt schlapfen an. Also gehen wir jetzt in die schlapfen Pflichtzone und dann sitzen wir hier drin wieder in meinem Kino. Bist du zufrieden, Flo? Supi, ne? Wir müssen das irgendwann mal in einem Livestream hier ausbauen, dass wir hier mal wirklich ein bescheites Kino haben mit unserem 4K Retina 2 Zoll Bildschirm, ja? Ähm, jedenfalls Flo, heute, ja, haben wir was ganz besonderes vor, Flo. Erklär doch mal den Leuten, was wir denn heute tun wollen, Flo. Wir werden heute etwas extravagantes, superspektakuläres. Endoplasmatisches, ja? Endoplasmatisch, äh, infusioniertes. Hydrodynamisch. Aerodynamisch verwe- Okay, wir werden Dungeon machen, ganz einfach. Wuuu! Ähm, aber was für'n Dungeon, Flo? Einen Super-Dungeon oder was gibt's hier? Warum hast du dein Portal dort gesetzt? Äh, dort nur bedingt. Äh, das ist, nein, hab ich nicht. Das rote Portal ist dein Portal, oder? Ja, das hab ich Reset-Effekt und mich runtergeschubst hast. Oh nein, sag mal, kann man das nicht benutzen? Äh, also, ich hab... Doch, deins geht, deins geht. Nein, meins geht nicht, Flo. Meins geht nicht. Och, ich bin grad reingegangen. Hä? Flo, du stehst vor mir. Warte mal, ist der Server etwa... Warte, das lebt von mir. Oh nein, Flo, der Server ist da. Nein! Oh nein! So, da sind wir wieder. Und, äh, Flo, wo bist du jetzt hin? Hat das jetzt funktioniert? Äh, ja, ja, ich bin, ich bin, ich bin bereit. Lo, 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 warte mal, Vlad, warte mal, Vlad, komm mit. Ist der da? Möchtest du ihn wirklich mitschleppen? Natürlich, Vlad ist... Wenn Vlad schon mal da ist und viel Spaß hat, dann soll er mitkommen. Komm! Äh, Abenteuer! Oh, wohin? Easy! Komm, warte mal, der kommt eh mit, Alter. Vlad hat richtig viel Spaß daran. Warte, easy. Und... Jawoll! Hat's geklappt? Bin ich da? Lol! Tatsächlich? Da, da bist du, Flo. Äh, kommt Vlad hinterher? Äh, warte mal, pinkes Portal, Vlad. Ist er schon da? Er ist schon da. Okay, gut. Ist er da? Ja, ja, gut, da ist er. Ähm, Flo, wohin gehen wir? Du bist unser Pfadfinder, Pfadfinderleiter, irgendwie sowas. Okay, Roman, warte, guck mal, Roman. Wir werden uns jetzt auf Ultimative Schatzhöre machen. Wir suchen etwas streng geheim. Es ist nur der geilste, der geilste... Oh, Flo hat gerade die Hardcore-Lex. Ich glaube, ich muss da jetzt weitermachen. Also, anscheinend suchen wir das alles supertollste überhaupt. Und es scheint irgendwie eine Burg zu sein, Flo. Kann das sein? Ist das vielleicht... Oh, ich hab's gefunden. Ist das vielleicht wirklich... Loll! Der greift uns Leute wieder an. Oh nein, warte mal, Flo. Warte, ganz ruhig. Ich kann das regeln. Warte. Du, 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 du. Warte. Ich kann den da oben abschießen. Hopp, jetzt. Rein, 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 rein. Kein Problem. Warte, Flo. Ich schieß die da oben ab. Leute, hier sind Dings Zwerge. Zwerge? Die sieben Zwerge? Flo, lol. Warte mal. Ich muss mich hier kurz hochschießen, damit ich da auch oben bleibe. Ah, Flo hat uns ja vielleicht beim Kämpfen helfen. Wobei er meistens nicht so, äh, Dings, äh, effektiv mit Kämpfen. Aber er gibt uns sozusagen Abenteuerkraft, musst du wissen, Flo. Okay, okay, okay. Ja, hier ist der Truhe. Warte mal, ich lasse hier gerade eben kurz einen Zombie weg. Ich schmeiße ihn gerade aus seinem eigenen Haus raus. Na, wie gefällt dir das, Zombie? Okay, Flo, wo bist du? Hier sind noch vier. Flo, ich bin gerade unten und bewege mich gerade gegen Zombies. Warte mal, hier, eine hat... Oh, Vlad, hilf mir. Oh, Roman, Roman, Roman. Was, was, was? Vlad ist uns... 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 Oh, nein, nicht die Karotten. Da, 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 da. Karotten sind mein Leben. Ist Weizen. Oh, yeah. Wuhu, wuhu. Okay, ich sollte aufhören zu singen. Oh, guck mal, hier ist noch eine Hole. Die nehme ich gleich mit, Alter. Ähm. Leute, hier ist ein... Roman, komm, komm hoch. Hier ist ein Ninja. Okay, warte, 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 warte. Oh, Flo, wo bist du hin? Wo bist du? Ich bin, glaube ich, gerade in die falsche Richtung abgewogen. Äh, warte mal, ich... Leute, Leute, warte, warte, lass ihn, lass ihn, lass ihn, warte. Äh, Flo, sag mal, bist du gerade eben in den kleinen... Stopp, warte, der ist freundlich, der ist freundlich, glaube ich. Flo, warte mal, in welchem Turm bewegst du dich gerade? Bist du gerade in einem Haus? Alter, Roman, der hat Hacks, der kann mit Sneaken genauso schnell laufen wie normal. Warte mal, Flo, wer, wer, wer? Warte, ich warte. Warte, warte, ich bin da, nein, nein, ich bin da. Ich bin bei Vlad. Bist du hier? Richtig? Guck hier. Wo bist du? Bluff, nicht, 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 komm mal, komm mal, hinten, hinten, hinter dir. Warte mal, meine Maus ist verstaubt. So, ich bin da, okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht, 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 nicht erschrecken, nicht erschrecken. Aua, Leute. Er ist verschreckt, er ist verschreckt. Nicht, lass ihn, lass ihn. Er hat Angst rum. Oh, er hat Angst. Er hat sich jetzt in die Ecke gestellt, ja? Und schon... Er ist ein böser Junge gewesen, deswegen steht er jetzt in der Ecke. Lass ihn, lass ihn, nicht töten, nicht töten. Der ist lieb, der hat mich noch kein einziges Mal angegriffen. Ja, guck, der... Nein, Flo, ich hab den jetzt in die Ecke gestellt, dann bleibt der da auch, ja? Der denkt gerade darüber nach, was er für böse Taten gemacht hat. Siehst du, Flo? Aua! Ich werd grad von seinem... Unter der Leiter in der Hand. Warte mal, sein Kumpel schießt mich grad von der Seite an. Warte mal, easy, kurz Diamantstab in die, äh, Diamantschwert nicht, Stab in die Hand. Nee, man, easy. Also, ich find, er sollte leben, der ist ganz cool. Ja, klar, also, er denkt grad darüber nach, wie schlecht das eigentlich ist. Wir haben ihn jetzt befreit. Ja, klar, Roman, das ist wahrscheinlich einer von denen, der angeschifftet wurde. Ah, okay, und der denkt sich bestimmt jetzt so, oh, Mann, ich sollte am liebsten, äh, Dichter werden. Oder Musiker. Warte mal, Vlad. Vlad kommt immer mit rein, Alter. Komm, Flo. Äh, warte mal. Ja, ich, hast du den, die Etage hier schon gecleart? Oh, da oben war der Ninja. Ist ja alles safe. Ah, okay, was, was haben wir hier oben in der Kiste? Ein bisschen Gold Arena, Eisen, ein bisschen Redstone Arena. Auch ein Amboss. Dann können wir hier vielleicht ein bisschen was reinlegen an Sachen, die wir vielleicht nicht so unbedingt gebrauchen können. Dann hab ich hier auf einmal... Leute, er schießt mich mit Slotus Tränken ab. Warte mal, warte mal, was? Wo, wie, was? Wo bist du denn? Ja, ich hab auch mit Slotus Trank. Warte mal, warte mal, warte mal, Flo, wo bist du denn? Alter Vater, was ist das hier? Leute, hier ist oben, ich, Flo... Links neben der Klautenfeld. Oh, lol, Flo, mich greifen irgendwelche Zombies an, die sich irgendwie farbig kleiden. Die sind irgendwie so Hipster-Zombies, verstehst du? Lol, der eine ist rot, der andere ist blau, Flo. Warte mal, dann muss ich hier kurz töten. Roman, 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 ich hab die Disco gefunden. Echt jetzt? Wo ist die Disco? Warte mal, Flo, wo bist du? Ich seh dich, ich weiß, wo du bist, ich komme. Warte mal, ich muss hier kurz ein paar Zombies töten, ne? Ah, die machen grad Party da drin. Echt jetzt? Oh, übelst, da läuft ja übelst die laute Musik drin. Hörst du das? Guck, da sind die Noten, Alter. Flo, nutzt du die Zombies eben schnell weg. Okay, nice, Alter. So, warte, warte. Flo, du darfst doch keine Disco stören. Alter, vorder, der hat ganz schön viel Schaden gemacht. Easy. Was hat der gedroppt, Flo? Alles klar? Oh, jetzt noch so ein Skelett. Oh Leute, ach, die haben hier drinnen geschlafen. Die haben zum Schlafen, haben sie einfach ein bisschen Musik gehört, Alter. Der hat Musik gehört. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer diese Musikhörereien, ne? Wir lohnen nämlich mit. Immer diese Raudis. Fast genauso schlimm wie du. Hören wir das Weizen mit? Ähm, können wir von mir aus machen. Ja, können wir machen. Warte mal. Ich nehme hier noch ein paar Sachen rein. Ich habe hier noch mein Diamantschwert. Das könnte ich da anlegen. Ein bisschen Goldnagel. Das brauche ich nicht unbedingt. Äh, ein paar Karotten. Die sechs Karotten können wir weglegen. Ne, Raud, das ist noch Backpack. Oder? Hast du kein Backpack? Ich habe gerade kein Backpack an. Ich weiß nicht, wo der ist. Anscheinend habe ich noch verloren. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Ich bin der Backpack voll mit Zeug und habe viel Dabe. Alles was du brauchst. Alles was du brauchst. Du hast diesen Song auf YouTube geliked. Das war mega geil, Flo. Guck mal, hier geht es weiter. Hier sind weitere Zombies. Den müssen wir voll auf den Po gehen. Flo, Backpack Rucksack. Flo, Backpack Rucksack ist der allerbeste Song, den es überhaupt gibt. Ja, wenn es... Ja, Roman, zu deiner Beerdigung wird der dann abgespielt wahrscheinlich. Ja, klar. Auf jeden Fall. Alter. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Warst du hier schon? Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Easy. Warte, ich komme kurz zu. Ah, das ist das hier. Verstehe, verstehe. Äh, warte mal, warte mal. Du bist weiter nach unten. Ach so, okay, cool. Ach so, da waren wir schon oben drin. Okay, dann lass einfach wieder weiter. Ach so, ist das so ein Dungeon, der so 200 Meter runter geht? Ja, der geht 1000 Meter nach unten. Wuuuuh. Das heißt, das ist wieder so ein komplizierter Super Dungeon. Warte, 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 warte. Hier ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel, Flo. Äh, da muss man... Ne, das ist... Ne, Leute. Ne, das ist einfach nur ein Kalt dran. Äh... Das heißt, da konnte man einfach Wasser reinschütten. Okay, hier sind ein paar Bettchen. Ja, ja. Flatsch, Jesus. Flo, die Bettchen sind hier überall verteilt. Das heißt... Ah, der wollte mich von rechts holen, Flo. Aufpassen. Looten, looten, looten. Flo, der Server lag. Der Server lag. Das kann eine böse Situation werden. Oh nein, oh nein. Bei mir leuchtet wieder der Bildschirm rot. Aber jemand hat mir in die Kommentare geschrieben. Das heißt, meine Night Vision geht bald leer. Deswegen leuchtet es bei mir rot. Genau, genau. Das ergibt natürlich Sinn. Okay, es geht weiter. Das heißt, das heißt, das heißt, Dings. Das heißt, dein Backpack. Du hast die Backpack noch an, aber wird nicht angezeigt, oder? Tatsächlich, das könnte vielleicht in der Tat sein. Oder das ist ein Back. Oder ich habe einen Back. Oder ich habe einfach eine super Rüstung an, die irgendwie dafür sorgt, dass ich mega viel Licht habe. Ist aber viel Aufnahme gut. Oh, aber das ist ein Gefängnis. Warte mal, hier, warte. Ist das echt ein Gefängnis? Die werden... Leute, tatsächlich. Warte, warte, warte. Guck mal, der Arme, der sitzt hinter Gittern. Und der da auch. Guck mal, das ist ein aggressiver Flo. Du darfst doch keine Gefangenen befinden. Hättest du doch freundlich, Roman. Ach so, sind das freundliche Zombies, oder was? Habe ich noch nie gesehen. Nicht, nicht, nicht abschießen. Warte mal, da hinten, da drin ist ne Dings. Oh, drei Diamanten Flo. Emeralds. Oh, Kohle. Oh, yeah. Roman, ist das ein Riesel, glaubst du? Äh, vielleicht muss man einfach die Wolle abbauen. Nein, muss man nicht. Nee, ist das nicht. Deko, Deko. Nimm mal diese Deko in diesen Knastzellen. Immer diese Dekonüsse. Das kannst du doch nicht sein, du. Warte mal, alter Vater. Ich habe immer so ein bisschen Staub. Warte mal, ich habe Staub unter meiner Maus. Warte. Ah, okay. Alles sauber. Wie sagst du... Okay, egal. Ja, weißt du... Roter Teppich. Ja, Roman, Roman. Ancheinend sind wir schon berühmt genug auf dem roten Teppich. Oh, guck mal. Der spawnt. Der spawnt Zombies Flo. Den musst du geben. Warte mal, warte, warte. Okay, nice. Den haben wir. Okay, warte mal, bevor wir da weiter gehen. Da geht es wahrscheinlich ewig weiter. Hier geht es runter kurz. Wollen wir runter gehen? Okay, nice, alter. Wuuuh. Vlad muss mitkommen. Vlad! Warte, warte, chill mal. Warte, warte, warte. Runter, runter. Achtung, Vlad ist schon unten. Ah, ein Rätsel. Also der Knopf vielleicht. Ähm, gepaart mit diesem Knopf. Oh, warte. Was passiert? Warte, warte ist es gerade. Warte ist es gerade. Echt jetzt? Hatte ich es gerade? Also so? Ist es so? Ja, ja, ja. Zombie Creeper. Oh, lol. Ich glaub, das war's. Au, Flo, von hinten hat irgendjemand mit einem Traum getrunken. Geheimgang, geheimgang. Echt jetzt? Egal. Wir tun uns mal so, so wie wir es nicht gesehen haben. Oh, lol Flo. Was ist passiert? Bist du in meinem Portal? Flo, ich bin in deinem Portal. Jetzt bin ich zu Hause. Flo, TP mich. Okay, dankeschön. Ich wollte den Zombie vernichten. Ah, du wolltest den Zombie vernichten. Du wolltest den... Oh, 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 oh. Oh mein Gott, der hat einen Schadensdrank. Der hat einen Schadensdrank. Ja, ja, ich hab den... Der hat ihn aber schon geschnippt. Warte, okay. Du musst ihn immer töten, während sie den Trank trinken. Nein, nein, nein. Rau mal nicht, ich hab ein Herz. Ich hab einen Schadensdrank. Flo, hier ist... Hier ist ein Terminator-Zombie gewesen. Alter, Vater Flo, was ist das hier? Das kann's nicht sein. Ja, gut machst du das, Flo. Gut machst du das. Flo, ich stell hier mal eine Barriere auf, dass die Zombies hier nicht durchkommen. Alter, Vater, hier sind Zombies mit richtig langen Schwertern, Alter. Okay, gute Kombi, gute Kombi. Warte mal, Flo. Flo, Flo, kommst du mir helfen? Ich bin ja grad an so einer kleinen Situation, wo es vielleicht ein bisschen härter sein könnte. Warte mal, okay. Alter, ich dachte grad, das wäre ein fetter Krieger, aber das war nur dein Schild. Ganz ruhig, Flo, ganz ruhig. Hä, ich hab ein Schild? Ach, meinst du der da? Ja. Ja, der hat irgendwie einen Zombie-Kopf als Schild, Alter. Nein, 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 ich mein dein. Zauberschild. Ach so, mein Zauberschild. Ja, ja. Das ist cool, ne? Warte mal, da hinten ist noch ein Zombie. Easy. Alter, da ist ein Terminator. Ja, ja, der Terminator-Zombie, den hab ich auch grad eben besiegt. Alter, Vater, easy. Flo, du musst die wegnatzen. Da hat Goldrüstung, okay. Zombie-Creeper, Zombie-Creeper. Okay, 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 ganz ruhig. Diese Zombie-Creeper sind richtig eklig, Alter. Die tanken, die sind was besonderes, weil sie Zombies sind. Guck, der explodiert einfach so. Du kannst doch nicht die Map sprengen. Nein, komm her. Flo, 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 what the fish? Wo bist du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Flo. Das ist ne Schildkröte. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die macht Twister, Alter. Ich strike die, ich strike die. Warte mal. Äh, Flo, ist das ne Schildkröte? Wieso ist die böse? Das ist ne Schildkröte. Aber wieso ist die so böse? Ich schieße die ab, ich schieße die ab. Alter, Vater, die kriegt einfach 16 Damage. Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Flat angelt die. Alter, Vater, kann die auch? Flo, müssen wir die unbedingt töten? Die sieht so nett aus. Guck mal, die ist in ihren Panzer reingegangen. Loil, die macht Turbospin, Alter. What the f... Oh oh, Loil macht die vier... Loil, Flo, töte die. Die macht brutal viel Schaden. Die hat mir grad mit einem Turbospin irgendwie vier Herzen oder sowas weggenetzt. Warte mal. Warte, ich mach nochmal hier... Turbospin, Turbospin. Warte, ich schieße die mit meinem Strahl ab. Uh, warte mal. Alter, die macht schon ziemlich krass Schaden. Alter, Vater, dieser... Der Turbospin macht mega viel Schaden. Flo, Flo, gib der Schildkröte. Oh nein, Turbospin, Flo. Turbospin. Nein, nein, nein. Wieso braucht Flo einfach... Flo, Flo, nicht ins Wasser. Du darfst die nicht ins Wasser reinmachen. Die heilt sich... Flo, Flo. Flo, du darfst kein Wasser setzen. Oh mein Gott. Loil, wieso heilt die sich? Hä? Flo, wieso? Okay, Roil, es ist wieder Schleimdings, okay? Okay, aber... Wir müssen irgendwas rausfinden. Warum? Hä? Das ist also so ein Superboss, der irgendwie... Ah, ne, 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 ne. Logisch. Die Schildkröte, wenn sie zurückzieht. Ah, die heilt sich dann also, wenn sie sich zurückzieht. Aber heilt die sich... Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt volle Pulle drauf, Flo. Volle Pulle. Critical Hits. Critical Hits, Flo. Okay, volle Pulle drauf. Volle Pulle drauf. Egal, egal ob sie spinnt oder nicht, Flo. Okay, komm, komm, komm. Gib ihr kein Wasser. Kein Wasser geben. Weil für Schildkröten ist Wasser immer gut. Rauf, 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 rauf. Jetzt ist sie grad... Loil, da heilt die sich wieder. What the fish? Woran liegt das? Flo. Okay, äh, keine Ahnung. Du musst sie einfach immer weit... Hä? Aber die heilt sich zu viel. Wir müssen einfach ultra schnell sein. Warte mal. Hä? Das kann nicht sein, dass wir ultra schnell sein müssen. Guck mal, die macht einen auf. Wir machen mehr Schaden, als die sich heilt. Wenn wir durch ihn draufhauen. Sicher? Ja, okay, stimmt allerdings. Wir haben verstärkte Schwerter. Immer Critical Hits draufmachen. LOL! Tot ist sie, LOL! Nice, 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 nice. Guck mal, das hat sie gedroppt. LOL, ein bisschen was an. Irgendwer schießt hier. Den, der Turtlescale, sagste. Okay. Ist hier auch ne Kiste oder sowas, Flo? Er ist keine Kiste. Oh, beim letzten Boss war ne Kiste da. Das ist schade. Oh nein! Oh nein! Hier ist ein Loch in der Wand. Ein Loch in der Wand? Ist das vielleicht die magische Kiste? Ist das vielleicht die magische Kiste? Oh, LOL! Das ist der Schatz der Schildkröte. Was? Wieso hat ne Schildkröte einen Pilz als Schatz, Flo? Ja gut, wir nehmen, was wir kriegen. Ja, also ein bisschen Nevermarsen kann man sich zwischendurch mal gönnen. Ich mein, also kann man sich magieren. Äh, Flo, da bin ich jetzt nicht unbedingt. Oh mein Gott, die sind Magier, Roman! Loll! Oh, oh! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Ja, 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 bit safe, bit safe, Flo. Also ich bin zufrieden da, wo ich bin irgendwie sowas. Alter, warte! Das war's! Ne, Flo, keine Chance. Ich muss leider den Turtle-Ausgang nehmen und irgendwie andersweitig nach Hause kommen. Okay, Leute! Warte, 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 warte! Das sieht mega brutal! Ja, ich merk's gerade. Ich hab auch grad eben unten ein paar abbekommen, Alter. Warte mal, ich muss eben kurz ein bisschen Fleisch essen. Äh, warte mal, warte. Ich hab ne Idee, was ich tun kann. Warte, 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 warte! Ich kann sie wegschubsen! Ich schubs die Monster weg! Ich, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab alles im Griff. Warte, warte, warte! Okay, ich muss weg, ich muss weg, drei Herzen! Warte, warte, warte! Ich kann die hier wegschubsen! Nimm deine Sense! Warte, stimmt! Ich nehm die Sense! Wo ist denn meine Sense? Warte, warte, Roman! Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee! Warte, 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 warte! Okay, 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 okay! Guck, 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 guck! Wo bist du, wo bist du? Ach, du bist da? Und dann, lol! Du willst ihn mit nem Ambus treffen! Warte mal! Nee, nee, da unten, wann! Lol, Vlad kämpft da grad um, äh, Flo, meine Sense macht einen Schaden! Ernsthaft? Und macht irgendwelche Geräusche! Ja, die sind mega schmach irgendwie! Das ist auch der Boss, das ist der Boss! Ach, das ist der Boss! Und da haben Healer, die haben einen Healer! Ach so, dann lass den Healer kurz wegnatzen! Okay, nice! Und jetzt, und jetzt, warte mal, jetzt noch dem Skelett noch geben! Oh, lol, haben wir den Boss besiegt? Das war ein Boss? Ey, da ist der Boss! Lol, wo ist der Boss? Da ist der Boss! Ah, der Alchemist! Das ist also der böse Boy hier, ne? Alter, varte! Easy peasy, Flo! Oh, in dir! Flo, einfach Schaden drauf! Ich sterbe, sterbe, sterbe! Warte, 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 warte! Ich hab ihn im Griff, ich hab ihn im Griff! Er möchte drauf, er möchte auch irgendeinen Trank auf mich schmeißen, ne? Aber das erlaube ich ihm einfach nicht, indem ich einfach schieße! Oh, Leute, die haben 65 Herzen gehält! Hat er das einfach so? Lol, der hat einfach grad nen Trank auf mich geschmissen! Flo, Flo, Flo! Ich mach... Vlad schmeißt matt Ports auf ihn, Alter! Warte mal! Ja gut, mach sowas platt! Warte, warte, warte! Ich geb ihm volle Pulle! Volle Pulle! Bin tot! Okay, okay, Ports! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! TP, Council 44! Easy, bin bei dir, Flo! Ich brauch meine Items! Items! Warte, warte, warte! Ich bin ja... Okay, Roman! Hier in den Truhen war ein Heiltrank drin! Warte, warte! Kannst du die Zombies bitte bewahren? Und ich hol mir kurz meine Items? Warte, warte, warte! Easy! Hab gleich alles! Bald hab ich alles! Warte, warte, warte! Hälte, hälte! Er ist down! Echt? Er ist down? Haben wir ihn? Okay, nice! Finde ich gut! Warte mal, warte... Oh mein Gott, Roman! Roman, der Magier aufs Beaufdarm kehrt zurück! Echt jetzt? Hat er es geschafft? Was? Meinst du Alex? Ey, guck, guck was ich hab! Was? Wo bist du? LOL! Du hast nen Zauberhut! Cool! Willst du den Tuwlich haben? Ich möcht den Zauberhut, weil ich hab den Zauberstab, Flo! Ich bin jetzt der Magier in dieser Stadt! Warte, ich bin ja... Oh, Leute, der ist ja fast kaputt! LOL! LOL! Was ist passiert? Alter Vater, Flo! Hast du Wasser dabei? Nee, oder? Äh, ja... Alter Vater, ich bin jetzt der Magier in der Stadt! Übrigens, Roman, guck mal, guck mal! Die haben hier ein Brausesystem oder so! Warte mal! Brause? Was? Was für ein Ding? Was meinst du, Flo? Ah, keine Brausetabletten! Eine Brausstation! Ach, ein Brausstation! Du sagst Brausetabletten! Warte mal, da sind... Oh, Flo, da sind richtig gute Tränke für dich dabei! Warte mal! Guck mal, da! Hier, warte mal, trink mal kurz! Warte, hier! Flo, hier, hier, hier! Warte mal, nimm mal! Das ist sehr gut für dich! Das ist Medizin! Medizin schmeckt immer blöd! Ja? Warte! Ich hab noch ein Ding in meinem Rucksack! Komplett vergessen! Echt? Ja, Roman, ich hab jetzt einen Trank des Slowness für vier Minuten! Flo, ich verstehe jetzt endlich... Also wenn du mich demnächst... Wenn du mich demnächst wieder mobben willst! Ja! Guck mal, Basieren! Flo, ich verstehe jetzt endlich, wieso ich die ganze Zeit Nightvision hab! Mein Kopf hat Nightvision verzaubert! Mein Helm! Verstehst du? Ah, ja stimmt! Ich hab auf meinem Helm Nightvision bekommen, deswegen hab ich... Alter, Roman, hol dir mal die Tränke hier! Die sind übelst geil! Hier sind mega viele Tränke, ne? Warte mal, ich muss aber voll viel wegschmeißen, Mann! Warte mal hier! Leute, hier sind überall Karotten in den Dispensern drin! Leute, da sind... Leute, wie viel Blaze-Powder da drin ist und wie viel Karotten in den Armen! Echt jetzt? Oh, Roman, es sind Pufferfische! 32 Stück! Pufferfische! Oh, ja! Und bei allen, Roman, ausrauben, ausrauben! Überfall! Überfall, easy! Razzia! Warte mal, warte mal, warte mal! Ich muss jetzt erstmal hier gucken, wie ich hier irgendwelche Sachen erstmal wegschmeißen kann! So, easy, easy! Vergiftete Spinnenlokke, Roman seine Lieblingsmalzes! Ich hab viel zu viele Sachen in meinem Backpack drinnen! Oh mein Gott, Roman! Was, 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 was? Wir können ja unseren Stack den Teacraften mit dem ganzen Gunpowder hier! Ich hab ein Neverstar! Wieso hab ich eigentlich ein Neverstar, Flo? Irgendwann haben wir mal ein Neverstar bekommen, kann das sein? Irgendwieso? Ein Netterstar?! Ja, ein Neverstar hab ich! Lüge, wie viel Redstone hier drin ist! Warte mal, was, wie, wo, wo meinst du? Warte mal, hier ist ein Dispenser, noch ein leerer Dispenser! Hier war alles drin mit dem kompletten Stack Redstone! Ah, cool! Ach, das sind alles, ah, das sind so Dispenser-Stationen! Alter, Alter, Closedown! Verstehe! Gold! Das ist tatsächlich so ne, das ist wirklich so ne Enchantment-Station, verstehst du? Die haben halt immer diese... Ja, das ist mega geil! Mega! Das ist mega witzig gebaut! Das ist so ne kleine, süße Bibliothek! Oh, ein Unsichtbargerzeug! Den könnte ich gebrauchen! Mach mal, mach mal, mach mal! Zeig mal, was der kann, Flo! Ne, nicht jetzt! Ähm, okay! Eine goldene Karotte, Roman! Ja, lol! Flo, guck mal, hier ist ein Trank für dich dabei! Da guckt der Grüne! Häusen! Ja! Guck mal, Roman! Was hast du denn? Wir sollten ja nicht... Guck, wir müssen das jetzt mal richtig machen! Wir werden ja... Warte, geht's hier weiter? Warte, warte, warte! Lol! Da geht's weiter? Echt? Leute, sag mal! Ja, wir sind ja runtergefallen, Roman! Ah, stimmt! Wir hätten das jetzt machen sollen! Stimmt, ich finde... Ja, aber da war halt eben dieser Zombie-Creeper und dann sind wir genau hier runtergefallen, runter zur Schildkröte! Vielleicht gibt's noch was! Und hier hinten sind tatsächlich... Ah, Leute! Guck mal, hier ist sogar noch ein Boss! Warte mal! Warte mal, easy! Warte, 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 Flo! Ich muss hier kurz den Heal einschalten, ne? Roman! Warte, 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 warte! Nicht den Gegner! Doch, den Heal auf den Gegner! Genau! Warte, den Heal auf den Gegner! Ich hab ihn ja... Die Witch kriegt 6 Schaden von mir! Aber ich hab jetzt keinen Mahler mehr! Warte, warte, warte! Warte, warte! Wo ist mein Schwert hier? Oh mein Gott, was macht der? Oh Gott, mein Schwert! Mein Diamant! Schwert ist weg! Wo ist das? Aua! Warte mal, Flo! Gebt der blöden Witch! Warte! Einfach immer springen und schlagen! Springen und schlagen! Springen und schlagen! Okay, springen und schlagen! Springen und schlagen! Oh Gott, der Scream! Ich schade! Warte mal! Warte mal! Okay, die Heal sich halt immer mit ihrem Grundwert! Warte mal! Doch, doch! Zwei Leben kriegst du! Oh Gott! Ja, nice! Easy! 5 XP! Irgendwas, Roman! Geh mal in den Endraum hier ran! Achso, da war ja der Endraum! Und jetzt sind hier ein paar Kisten drin! Hier war ein bisschen normales Zeug drin! Aber warte, guck mal! Guck mal! Guck mal, was hier drin war! Was war da drin? Hast du da... LOL! Turtle Plate! Das war da drin? Äh, warte, warte! Es war noch mehr! LOL! What the fish! Turtle Sword and Shield! Mining Turtle! LOL! LOL! Alter, Roman! Das hier ist ein Turtle Dungeon! Wow! Und ich finde es ein Mining Turtle! LOL, Flo! LOL! Warte mal! Wenn ich blockiere, sehe ich bei meiner Ego-Perspektive, sehe ich ein Schild! Guck mal, Flo! Guck mal! Hier! Mach mal Rechtsklick mit dem Schwert! Geht nicht! Mein Eventar ist voll! Achso, LOL! Guck mal! Wenn ich hier... Schlag mich mal, Flo! Mit einem Schwert! Ich habe einen Roman Eventar! Warte mal, warte mal! Du musst... Warte! Noch nicht schlagen! Noch nicht schlagen! Noch nicht schlagen! Da bin ich immer dabei! Warte, warte, warte! Jetzt! Gib mir mal ein Heap! Gib mir mal ein Heap! Mal gucken, wieviel... Null Damage! Null! Einfach Null! Ja! Null! Null Damage! Ja! Indem ich einfach Rechtsklick mache und mein Turtle Shield wehrt das ab! Verstehst du? Gib mal das mir! Dann bin ich... Dann bin ich... Wer bin ich? Du bist ein Ninja Turtle! Ja! Aber den Ninja... Teenage Mutant Melon Turtle! Den Ninja Turtle kann ich hier einfach an die Wand schieben! Der kommt da nicht weg! Hiiii! Aber siehst du das? Wenn du Rechtsklick machst, Flo, dann siehst du da... Ja, ja! Das sieht übelst cool aus! 3D! Mega witzig, gell? Finde ich auch! Naja, jedenfalls... 3 und so D! Bedanken wir uns mal wieder fürs Zuschauen für diesen supercoolen Turtle Dungeon! Gib einen Daumen hoch dafür, dass ich gestorben bin! Komm, er ist gestorben! Ey! Das kannst du nicht selber sagen! Stimmt allerdings! Aber letztendlich ist es ja sowieso Ritual und du willst es sowieso sagen! Loll, Roman! Was? Loll, ist da hinten tatsächlich sogar noch ein Dings? Ein Poison-Raum? Loll! Weißt du was? Loll! Guck mal! Weißt du was ich glaube? Was ist hier? Hier hinten? Ja, tatsächlich! Du hättest dich hier durchgraben! Achso! Loll! Wir hätten die Turtle sonst tatsächlich! Loll! Hier ist der Bossraum für die Turtle! Und der Creep hat dafür gesorgt, dass wir die Turtle finden! Oh man! Na ja! Jedenfalls bedanken wir uns mal wieder fürs Zuschauen! Und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet! Man sieht sich beim nächsten Video! Haut rein Leute! Ciao! 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 Ciao!